Grüezi miteinander und Willkommen in unserer wunderschönen Schweiz. Die Begrenzungsinitiative will, dass die Schweiz die Zuwanderung wieder eigenständig regeln darf, so wie die allermeisten der 194 Länder der Erde. Ich wünsche mir, dass Sie und ich die Angst auf die Seite legen können und dass man den Mut findet, für die Eigenständigkeit von unserem Land und unserer Heimat einzustehen. Zur Zeit wohne ich als Auslandsschweizer in London mit meiner Familie und ich geniesse den Brexit. Ja zur Begrenzungsinitiative, um unsere Natur, unsere Jugend, unsere KMUs und unsere Arbeitnehmenden zu schützen.